genau ach gott ich habe oft das zettel ich habe gedacht ich hätte farben schon drin man hat er mir wieder raus geschmissen hier haben ob es hat er mir dann aber raus geschmissen alles klar interessant gut klein moment weil wir jetzt nämlich auch eine neue neue szene haben ja genau das funktioniert zwar aber nicht so wie ich es gern hätte sollte passen so es geht nämlich zur feld 36 zurück versuch mal mit dem drecker zu schalten kriegs nicht auf die reihe so wir haben gestern ja noch fleißig oder folge am mittwoch haben wir noch fleißig aufnahmen gemacht haben wir noch sehr viel holz gesägt und da hat er noch ein bisschen probleme gehabt mit der steuerung und da habe ich noch versprochen noch die screenshots zu schicken habe ich nämlich auch total vergessen aber es geht doch nichts schöneres als das freitag schön abendlich in den traktor zu klemmen ein bisschen gas zu geben und ein bisschen ein paar holz wir mal platzumachen sagte metaller ja also wie gesagt hat das alles weg gemacht ich will da hinten nämlich eine kleine also die ich habe ja schon damals zu der ravenport gesagt dass ich hier eine kleine baumschule aufbauen will ja da stehe ich immer auch dazu das möchte ich nämlich auch tun und zwar wäre das ganze nämlich nach feld 36 kommen da wird alles weg gemacht da ja momentan ist halt nur sägen klein man dem holz verlemmert drauf wir haben auch privat ort haben wir drauf also fanta schreit schon dass er die er möge doch bitte dann die baumschule machen was denn was für ein spruch manu so so und hier haben wir schon das erste problem der spawnt nicht weg warum gehst du aus der spawnt nicht Er dachte wir wollen alleine spielen, nur weil er zu Punkt 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 ist, den Server zu finden und zu joinen L.U.L. Achso. Warum gehst du aus, wenn ich aufsteig? Ah, was? Ach, da hinten waren wir ja, stimmt, da war ja was. Da war ja was, ich hab's wieder verpeilt, ey. Ach ja, verpeilt bin ich ja immer, wenn's nach Mano gehen wird. So, vielleicht finden wir hier noch was. Ah, mir ist nämlich auch letztens wieder aufgefallen, dass, ähm, ja. Unseren Presslufshammer haben wir ja noch, ne? Ähm, bin nämlich über so einen Baumstumpf gefahren. Dann hat's mir nämlich hinten alles zerschossen. Also, wir haben zwei Möglichkeiten, ihr könnt den Holzhammer-Mod nehmen, oder ihr könnt auch... Der normalen... Der normalen... Der normalen Kran daneben. Der normalen Kran-Mod nehmen, oder ihr könnt euch gleich gescheite Fahrzeuge... ... Manu will damit sagen, habe ich Geld zum Scheißen? Ja, toll. Jetzt haben wir es auf der Aufnahme drin. Ey. Scheiß drauf. Passt so. So, Stützen aus. Ja, vielleicht brauchen wir noch ein... Vielleicht... Ja, du hast das Geld zum Scheißen, sich vor Lachen auf dem Boden wälzen, sich vor Lachen auf dem Boden wälzen, sich vor Lachen auf dem Boden wälzen. Zwei Leute, ein Gedanken. Ne, ohne Worte. Oh, ne, ohne Worte. T-T-T-T-T-T-T-T Ja, ich weiß, du mich auch. T-T-T-T-T-T-T-T-T-O-N-C-S-D-M-N-N-N-T-T-T-T-O-N-T-T. T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T skate. Ich muss für den kleinen Kram erreichen, oder? So. Ich brauche keine dritte Stütze. Ich brauche noch eine. Und auf damit. Einmal gehen, Stütze einfahren. So, positionieren wir uns mal um. Und bitte nicht vom Zug überrollen lassen wie letztes Mal. Kann einer sagen, was der Bart für einen Scheißkratz haben wir fährt? Hat er nicht genug gehabt zum Fahren? Nein, was macht der? Und so. Schalten und rückwärts fahren. Das kann der Bart gut. Neutral rein, bitte. Handbremse. Stütze nach unten. Und weiter geht die ganze Sache. Du weißt schon, wo er links und rechts ist, oder? So. Jetzt sind die Nummer. So, jetzt schalten wöchst nicht weg, oder? So. So. Jetzt stehen. Weißt du. So. 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 War ja klar. Es ist nur noch zu groß. Schneid man halt zu. Falte passen. Da bollert es schon wieder. Aufklappen. Dann ziehen wir den zu uns. Ich finde vom 19 einmal noch den schönen da hockst du oben drauf und kannst ihn noch steuern. Der böse Wolf. Der böse Wolf. Ich hätte mir schon vorgestellt wer da ist. Fuckt euch denn mal an ey. Ich kann das Bnet aussprechen. Ösi Wolf. Ösi Wolf. Ach ja. Sind wir alle nicht ein bisschen ösi? Ich will dir fressen. Jaja. Hahaha. Hahaha. So. Zack. 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 Ach. Auch mit dir. Ja. Ja. War klar, dass du mies liegen tust. Farbrechte. Ach, ja. Ich weiß nicht, ob der böse Wolf das so verdient hat. Nö, nö, der Drecker muss nicht loswerden. Der bleibt. Es ist Manu, da habe ich mir schon gedacht. Äh, willst du noch auf den Discord kommen? Oder willst du nicht drauf kommen? Will schnacken. Was sollen wir denn alles hier noch rumliegen? Da gebe ich dir recht, Fanta sich vor Lachen auf dem Boden wälzen. Nein, 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 nein. Nicht loswerden. Ach, der ist schon... Ach, der liegt das richtig. Kannst du mir eine Hauhe? Ja, ja. Krapsch, krapsch. Ich muss immer den sieben Geistlein, ne? 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 Following the light that sets me free I 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